Ganz viele Empfindungen werden dann angeweckt. Eine ganz neue Welt baut sich da vor allem auf. Ich würde sofort wieder machen. Es war enthoben, es war entrückt und auch ein bisschen gruselig und total spannend. Hat mir sehr gut gefallen. Es ist total cool, man befindet sich in einem eigenen Raum, man nimmt die Umgebung wahr, die Geschichte ist sehr gut erzählt, man betrachtet zwischendurch seine Füße und denkt, sie sind nicht mehr da. Und man versucht nach dem Schlüssel zu greifen, der durch die Gegend fliegt, in die Hand der Hauptprotagonistin. Und es lohnt sich. Das ist das Bild, was Herr Schmitt gerade auszieht. Das ist das Bild, was Herr Schmitt.